Hasta la Shisha Freunde! So, ich nehme das vergangene Jahr und das neue Jahr zum Anlass einen kleinen Neudeutsch Real Talk über verschiedene Themen. Zum Ersten möchte ich ein bisschen über die Gemeinschaft sprechen. Ja, ich bin ein kleiner Kanal, ich habe im Moment 296 Abonnenten, also kurz vor der 300. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich bald die 300 erreiche und auch die Abonnentenzahl weiter hinein steigt. Auch möchte ich mich bedanken bei den Streams, bei denen ich regelmässig dabei bin, das ist namentlich die Tanja, die Shisha Mutti und der Sandro, der Swiss Shisha. Man kennt sich dort schon, man kennt die Leute, es sind kleine kuschelige Streams. Ihr wisst, ich habe auch Streams gemacht, im letzten Jahr leider nicht. Aber ich will ja wieder Streams machen, die kommen wieder. Wann genau steht noch aus. Ich habe mein Streaming Setup wieder getestet, es sollte funktionieren, zwar nicht in der besten Qualität, da muss ich vielleicht noch ein bisschen daran schauen. Aber es wird dieses Jahr wieder Streams von mir geben. Soviel kann ich schon mal versprechen. Ja, über die Gemeinschaft. Da gibt es natürlich einiges. Es gibt viele grosse Shisha-Streamer mit vielen Abonnenten, es gibt ein paar kleinere. Was ich übrigens trinke, ist eine Gazosa, eine Limonade-Spezialität aus dem Tessin. Das ist übrigens bitter-orange, sehr sehr lecker. Zu Getränken und Shisha kommen wir später noch, auch da werde ich noch ein paar Worte verlieren. Aber zuerst möchte ich über Rauch und Geschmack sprechen. Ja, Rauch und Geschmack. Viele junge Shisha-Raucher und neue Shisha-Raucher, denen ist es wichtig, dass möglichst viel Rauch kommt. Mir ist es wichtig, dass der Geschmack stimmt. Ob ich jetzt möglichst viel Rauch habe, ist mir nicht ganz so wichtig. Jetzt hier mit dem Setup ist doch einiges an Rauch vorhanden. Aber vielleicht dazu, was macht eigentlich denn die Rauchentwicklung aus? Man sagt natürlich, der Kopfbau. Ein Grossteil macht natürlich auch den Tabak aus, den man verwendet. Klassisch hat ein Shisha-Tabak so 20 bis 40 Prozent Molasse. Das ist das, was man in den arabischen Ländern eigentlich schon seit jeher raucht. Heute ist es in der Schweiz nach Gesetz maximum 60 Prozent. Das wurde vor allem auch angepasst, weil viele Shisha-Tabaks diese Menge auch drin haben. Gerade viele Tabaks aus Deutschland haben sehr viel Molasse und ich weiß gar nicht, ob Deutschland auch eine Regelung hat, wie viel Molasse im Tabak maximal sein darf. Aber es ist natürlich klar, ein Hauptbestandteil, warum viel Rauch entwickelt, ist natürlich, wenn viel Molasse da ist. Denn es ist weniger Tabak, der verschwellt, als die Molasse, die verdampft. Nun, meine Meinung ist einfach, raucht wie ihr es gerne habt. Wenn euch viel Rauch wichtig ist, dann ist es so. Wenn euch der Geschmack wichtig ist, ist es auch so. Natürlich spielt auch beides zusammen. Aber einfach in vielen Videos oder so in diesen, zeigen mir dein Shisha-Setup, wird dann immer ein bisschen daran gemessen, wie die Rauchentwicklung ist. Und eigentlich ist die aus meiner Sicht irrelevant. Aber das ist Ansichtssache, das ist meine Meinung. Wichtig ist einfach, dass der Geschmack stimmt und dass einem das Erlebnis, eine Shisha zu geniessen, Freude bereitet. Darum geht es ja eigentlich beim Shisha-Rauchen. Ja, kommen wir vielleicht kurz zu meinem Setup. Hier heute habe ich die Stimulation Pro X-Mini, übrigens mit dem Cooling Diffuser drin. Und ich habe noch das X-Blau-Offset drauf, mit dem grünen Epoxy-Leaf, weil das für mich einfach am besten zu der Petrol Ball von der Mini hier passt, wie ich sie bestellt habe. Und ich habe einen ZOMO & Kong Clay in der ZOMO Edition in Green, also in Grün genommen, einfach um das ganze Setup stimmig zu halten. Und ich habe eine Amy-Smoke-Box oder eine No-Name-Smoke-Box oben drauf. Und wie ihr seht, funktioniert das wunderbar. Angeraucht habe ich mit drei Kohlen, jetzt sind zwei Kohlen drin. Und ihr seht, das passt. Wie ihr gerade merkt, in meinem Setup habe ich wieder einen Meerlochkopf. Und das ist auch so, dieses ganze Funnel-Hype, vor allem in den letzten paar Jahren, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Natürlich, wer gerne mit Funnel raucht, der soll mit Funnel rauchen. Wer gerne mit Meerlochkopf raucht, soll mit Meerlochkopf rauchen. Ich rauche ja schon viele Jahre und ich bin gerne beim Meerlochkopf geblieben. Ich habe Funnels ausprobiert, ich rauche auch ab und zu Funnels. Es wird auch in nächster Zeit noch ein Video kommen über die Olapols, die in den Mystery-Paketen waren. Das ist tatsächlich ein Funnel, der mir doch recht gut gefällt. Ich werde deshalb trotzdem nicht zum Funnel rauchen. Kann ich schon vorab sagen. Aber ja, warum nicht ab und zu im Funnel rauchen? Kann auch Spass machen. Wenn natürlich mit Poste raucht, da ist natürlich der Fun prädestiniert. Aber ja. Was ich auch noch gerne rauche, ist tatsächlich der Oblaco Flow, wo ja dann eher eine Mischung ist. Das geht zwar so ein bisschen, lässt sich der rauchen wie ein Meerlochkopf, und schlussendlich ist es aber ein Einlochkopf. Ja, werde ich vielleicht auch noch ein Video dazu machen. Es stehen so viele Videos bei mir aus, da kommt noch einiges. Auch Pfeifen. Auch die Simulation Pro X Mini will ich gerne noch ein Video dazu machen, wo ich sie genauer vorstelle. Ich habe da schon ein paar Kritikpunkte. Lasst euch überraschen. Ja, und Community, Gemeinschaft, da möchte ich auch über das Material sprechen. Hier haben wir jetzt natürlich eine sehr moderne Edelstahlpfeife. Und ich habe bereits mal ein Video gemacht, wo ich über Werkstoffe spreche. Das könnt ihr gerne in meinem Kanal anschauen, da spreche ich auch über Langlebigkeit, Pflege und Eigenschaften. Denn für mich natürlich Edelstahlpfeifen haben ihre Vorteile, aber ebenso haben auch andere Materialien ihre Vorteile. Da will ich jetzt nicht zu viel darüber verlieren, das könnt ihr eben in besagtem Video anschauen. Aber mich persönlich stört es ein wenig, dass viele YouTuber praktisch immer sagen, kauft euch unbedingt eine Edelstahlpfeife, alles andere ist nichts wert. Aber ja, das ist auch wieder meine Meinung. Kann jeder anders sehen. Ist nun mal so. Was mich tatsächlich ein bisschen mehr stört, ist, wie teilweise damit umgegangen wird, wie viel Pfeifen braucht man am Tag. Ich rauche eigentlich in der Regel so eine Pfeife am Tag. Manchmal sind das sogar wenige. Am Wochenende sind das vielleicht auch mal zwei oder wenn ich Urlaub habe. Aber viel mehr sind das nicht. Viele denken dann immer, ja man muss doch so viele Pfeifen wie möglich rauchen. Aber ich kann gar nicht verstehen, wie man vier, fünf, sechs Köpfe am Tag raucht. Klar, man kann das machen. Aber es geht doch einiges an Zeit drauf. Vor allem, wenn man an einem Kopf mindestens 60 Minuten, 90 Minuten oder sogar zwei Stunden raucht. Wenn ich sechs Köpfe rauche, kann ich ja gar nichts anderes mehr machen den ganzen Tag. Klar, ich kann YouTube schauen, ich kann Netflix schauen, was auch immer. Aber das ist eigentlich nicht mein Leben. Ich mache doch einiges anderes den ganzen Tag. Vor allem auch wenn ich arbeite, kann ich auch nicht Shisha rauchen. Also von daher ist das für mich nicht nachvollziehbar. Wie da teilweise auch so ein bisschen ein Konkurrenzdenken dahinter ist. Wer am meisten Shisha raucht, ist der coolste. Aber gut, ist vielleicht auch Einstellungssache. In eine ähnliche Richtung geht für mich das Rauchen von Dark Blend. Wer gerne Dark Blend raucht, gut. Aber manchmal hat man den Anschein, gerade so in letzter Zeit, dass richtige Shisha rauchen, die Profis. Ich kann immer noch nicht verstehen, was ein Profi ist im Shisha rauchen. Aber das ist vielleicht auch wieder eine Ansichtssache. wenn man unbedingt Dark Blend und möglichst starken Tabak rauchen muss. Wenn man unbedingt starken Tabak rauchen muss, könnte man vielleicht auch Tombak rauchen. Ohne Smokebox, Kohle direkt auf dem Tabak. Dann hat man das richtige Shisha Erlebnis und den starken Rauch. Aber gut. Auch hier wieder, ich will das gar nicht allzu gross kommentieren. Aber für mich geht es darum, raucht was euch schmeckt. Wenn euch ein Virginia Tabak gut schmeckt, mit dem entsprechenden Aroma in der Malasse, dann ist das doch alles korrekt. So soll es doch sein. Euer Tabak schmeckt euch, alles ist gut. Es sollte doch keinen Zwang geben, um als Profi zu gelten, warum eben auch immer Profi, unbedingt Dark Blend rauchen zu müssen. Und wenn wir von Tabak sprechen, für mich ist in letzter Zeit in Streams und Vorstellungen, in allgemeinen Shisha Videos oder immer wieder das Thema, man hört immer von Tabakmischung. Mit was mische ich Tabak A, was eignet sich um Tabak B zu mischen? Dazu muss ich sagen, ich rauche immer noch am liebsten einfach einen Tabak im Kopf. Und zwar einfach den, der mir gerade gut schmeckt. Ich mache auch ab und zu Mischungen, aber eigentlich sehr sehr selten. Wenn einem das schmeckt, ist ja alles in Ordnung. Aber auch hier habe ich das Gefühl, der Trend geht dazu, man muss mischen. Und da frage ich mich teilweise schon auch warum, weil gerade Tabaks, die heute im Angebot sind, sind meistens schon komplexe Mischungen. früher war das ja anders. Da hatte man eher einfach eine Frucht, vielleicht noch eine Milze dabei, vielleicht mal zwei Früchte und das war's. Da hat man natürlich gerne auch mal zwei, drei Tabaks zusammen gemischt, um etwas anderes zu erleben. Aber mit dem Angebot, finde ich, habe ich eigentlich genügend Auswahl bereits. Natürlich spricht nichts dagegen zu mischen, aber dieser Zwang, der teilweise fast ein bisschen rüberkommt, das kann ich nicht verstehen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen unkoordiniert hier das Video und ich spreche einfach über alles Mögliche. Vielleicht interessiert euch auch das gar nicht, dann habt ihr vielleicht auch schon ausgeschaltet. Das ist halt so. Aber es gibt einfach ein paar Sachen, über die ich sprechen will und das mache ich jetzt einfach. In letzter Zeit ist für mich auch so, dass ein bisschen eine Angstmacherei ein Trend ist. Das Letzte, was so ist, ist natürlich Steuererhöhung, 25 Gramm Gesetz in Deutschland. Ja, das betrifft natürlich. Zum Steuererhöhung muss man sagen, dass Deutschland natürlich lange Zeit jetzt der Shisha-Tabak wie normaler Pfeifentabak, also die klassische Tabakpfeife, nicht die Shisha, versteuert wurde und jetzt da eine Anpassung ist. Ja, man muss damit leben. Wie das jetzt uns hier in der Schweiz betrifft, weiss ich nicht, ob sich da auch etwas ändert. Wenn in Deutschland die Steuern ändern, für Tabaks die nicht aus Deutschland kommen, sollte das meiner Meinung nach in der Schweiz nicht ändern. Wie das natürlich für deutsche Tabaks sich auswirkt, werden wir sehen. Dass Tabaks in Deutschland teuer werden durch die Steuererhöhung. Ja, das ist so. Wie gesagt, da muss man damit leben. Ist in allen Bereichen des Lebens so, wo eine Steuer erhöht wird oder eine Steueranpassung gemacht wird, wurde das so entschieden. Entschuldigung bitte den Schnitt hier. Mein Video hat sich aus welchem Grund auch immer gerade beendet. Ja, eben, Steuer damit muss man leben. Die 25 Gramm Regel, das Gesetz in Deutschland ist natürlich eine andere Geschichte. Wie das uns betreffen wird in der Schweiz oder vielleicht auch in Österreich, werden wir natürlich auch sehen. Tabaks, die in Deutschland produziert werden oder hauptsächlich für Deutschland produziert werden, wird uns wahrscheinlich auch betreffen. Ausser es wird natürlich weiterhin für die Schweiz in den 200 oder 250 Gramm oder Kilodosen weiter produziert. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber ich denke, da ja Alfache zum Beispiel oder Natalia nicht nur für Deutschland produziert werden, werden die zwar sicher Anpassungen machen müssen, dass sie in Deutschland weiterhin Tabak verkaufen können. Aber der Markt ist ja nicht nur auf Deutschland begrenzt. Das heisst, da können wir eigentlich damit rechnen, dass wir auch weiterhin grössere Dosen bekommen. Was ich hier dazu noch sagen möchte ist, in vielen Videos oder Streams hört man dann immer wegen dem Müll. Ja, natürlich. Viele kleine Verpackungen, viel Müll. Liegt nahe. Da hängt natürlich davon ab, wie die Tabakhersteller die neuen 25 Gramm Packungen produzieren. Aus meiner Sicht ist nicht mehr Müll vorhanden, wenn ich acht kleine Packungen habe, die alle nur in Plastikfolie verpackt sind und vielleicht noch Karton. Karton ist besser wiederverwertbar als Plastik, als wenn jede Dose immer in einer Plastikdose verkauft wird. Also, das ist vielleicht sogar eine Chance, dass wiedervermehrt Tabak nur in Plastik oder in einer Folie verkauft werden und unverpackt in Karton. Also, natürlich gibt es trotzdem mehr Verpackungsmüll. Es ist natürlich aufwändiger. Man kann nicht einfach eine Dose aufmachen und hat dann 10 bis 15 Köpfe drin, sondern man macht mehr oder weniger für fast jeden Kopf eine neue Packung auf. Wenn man so mit 18 Gramm etwa Tabak rechnet, hat man sogar immer einen Rest. Das heisst, man kann vielleicht mit zwei Packungen drei Köpfe machen oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja auch 20 Gramm Packungen, das wird man ja sehen. Aber ja, wie gesagt, wenn das klar genug gelöst wird, sehe ich da nicht, dass so viel mehr Verpackungsmüll produziert wird, weil es eine Chance ist, umzusteigen. Dann war immer noch so ein Thema zum Beispiel, was auch aufgekommen ist, ist die neuen Gesetze in Russland. Weil Russland ist natürlich im Moment sehr angesehen oder verbreitet in der Shisha-Szene, in der Shisha-Gemeinschaft, aber auch hier. Russland hat Tabakgesetze, Shisha-Gesetze angepasst, aber es ist ja nicht so, dass das ein Verbot für Shisha ist, sondern es gibt verschiedene Verbote, natürlich. Und die gibt es aber in anderen Ländern auch. Und ich denke nicht, dass das ein Riesenproblem sein wird. Und ein aktuelles Thema war auch immer Kohlekdampheit. Davon hört man immer wieder. Ich für mich habe aber so nichts festgestellt, ich konnte überall immer Kohle kaufen. Ich sehe auch in den Jobs, gibt es Kohle im Angebot, vielleicht haben sich ein bisschen die Hersteller verschoben. Vielleicht gibt es Hersteller, die tatsächlich nicht liefern können, aber von Kohleknappheit, muss ich ehrlich sagen, spüre ich als Endanwender nichts. Bis nicht viel. Vielleicht übersehe ich etwas, aber wer sich Kohle angehortet hat, gut, Kohle geht nicht kaputt, warum nicht, aber schlussendlich, wie gesagt, wenn ich Kohle brauche, kann ich in meinen Shisha-Shops gehen, Kohle kaufen oder online bestellen. Ich sehe da nichts von einer Knappheit. Ein weiterer Punkt in Streams und Videos ist die Sprache. Ja, die Sprache ist natürlich einfach an YouTube angepasst, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Es werden so viele englische Begriffe verwendet, wo man genauso gut deutsche Begriffe verwenden kann. Es gibt noch viel mehr, warum sagt man nicht buchstäblich, warum sagt man nicht offensichtlich, warum sagt man nicht was auch immer. Ja, ein schönes Beispiel ist dieses Speaking of. Es wirkt für mich so fehl am Platz. Vor allem, wenn dann zum Beispiel solche Sachen kommt wie Speaking of Unterschiede. Das hört sich einfach nur falsch an. Aber wie gesagt, ist meine Meinung. Vielleicht gefällt euch diese moderne Art zu sprechen, aber naja. Ich versuche auch in meinem Alltag allgemein nicht so viele Trendwörter in Englisch unterzubringen. Vielleicht wisst ihr es, ich arbeite in der Informatik. Da sind auch viele englische Wörter immer im Begriff. Aber auch dort benutze ich oft deutsche Wörter womöglich. Da sind ein paar Menschen in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld auch manchmal etwas verwirrt, wenn ich dann von Benutzer spreche statt von User oder von Speicher statt von Memory oder von Rechner statt Computer. oder von Bildschirm statt von Monitor. Wobei ja Monitor eigentlich auch ein falscher Freund ist, weil eigentlich sollte das ja dann Screen heissen. Aber gut. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Möglich. Zu einem deutschen Begriff, der mich stört in der Gemeinschaft ist Geisteskrank. Geisteskrank wird oft verwendet für besonders toll, besonders viel besonders. Ja, das ist Geisteskrank. Das ist für mich so was von Fehl und Platz. Ich verstehe das nicht. Aber es ist so, es wird so viel gesprochen. Gut. Muss ich so hinnehmen. Kann ich auch so hinnehmen. Aber trotzdem ist das für mich ein kleiner Störfaktor. Ich muss kurz auf meinen Spickzettel schauen. Ja. Kommen wir weiter auf Inhalte. Natürlich, die Inhalte, die ich hier anspreche, die werden sehr oft angeklickt. Das wird sehr oft geschaut. Ihr seht aber, dass ich in meinem Kanal diese eigentlich nicht mache. Das eine ist Tabak Reviews. Klar, man kann über Tabak sprechen. Aber ich persönlich schaue eigentlich so gut wie keine Tabak Reviews, weil Massgebend ist für mich, wie ist der Geschmack vom Tabak, wie ist der Schnitt vom Tabak. Und für das brauche ich kein Video. Klar, der YouTuber spricht natürlich über den Tabak, wie er ihm schmeckt. Was er davon findet, geht der Geschmack verloren. Aber eigentlich kann man das in zwei, drei Wörter auf einer Webseite packen. Man hat schon den Geschmack, kennt man von der Beschreibung vom Tabak. Und klar, man kann dazu sagen, ja, ich schmecke hier eine süße Kirsche oder einen süssen Apfel. Aber schlussendlich, warum es hier 10-15 minütige Videos gibt, wo man über einen einzelnen Tabak spricht, kann ich nicht nachvollziehen. Und interessiert mich ebenso als Video auch gar nicht. Wieder meine Meinung, kann jeder anders sehen, wenn das jemand wirklich weiterbringt, wenn das jemand bei seiner Tabakauswahl hilft, ist das toll. Ich selber gehe lieber in einen Shisha-Laden, wo ich vielleicht am Tabak riechen kann und mich dann entscheide, ja, ich möchte den ausprobieren. Der riecht gut, der könnte auch gut schmecken. Man weiss aber, der Geruch und der Geschmack sind zwei verschiedene Sachen. Das kann sich anders verhalten. Aber, ja, mich auf eine fremde Person zu verlassen, klar, wenn ich weiss, dem schmeckt genau der Tabak, wie er mir auch schmeckt, kann es als sicher helfen, aber für mich im Normalfall eigentlich keinen Mehrwert. Und da gibt es dann auch diese Kategorie Top-Tabake. Entweder die Top 5 Sommertabake 2021, die Top 5 Wintertabake 2021. Klar, man bekommt mit, was eine andere Person gerne für Tabaks raucht, was dem seine Lieblingstabaks sind, seine Lieblingsgeschmäcker, aber ich sehe da den Mehrwert einfach nicht. Darum werdet ihr bei mir auch nie solche Videos sehen. Auch hier gilt wieder, wenn das weiterhilft, gut, aber für mich sind diese Inhalte nicht nachvollziehbar. Und wenn man aber auf YouTube schaut, dann ist das ein Grossteil der Inhalte. Und das verwundert mich ein wenig, aber ist einfach meine Sichtweise. Und wenn wir von YouTube sprechen, was mich in letzter Zeit stört, ist, dass sehr viele Videos als Premiere veröffentlicht werden. Ich habe letztens auch eine Premiere veröffentlicht. Da ging es aber um die Box, die ich als Dankeschön-Box von Shisha-König bekommen habe. Aber im grossen Ganzen verstehe ich nicht, warum man jedes nicht-sagende Video als Premiere veröffentlicht. Klar, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Wenn der Abonnent sieht, oh, da kommt dann ein Video, aber für mich ist das eher nervig. Denn wenn ich sehe, da ist ein Video, möchte ich es schauen und nicht auf den nächsten Tag warten. Da ist es mir lieber, das Video wird einfach veröffentlicht und ich kann es dann schauen. Bei speziellen Sachen vielleicht noch eher nachvollziehbar, wenn z.B. eine Pfeife am Sonntag veröffentlicht wird oder an einem bestimmten Datum, dass vielleicht ein, zwei Tage vorher das als Premiere eingestellt wird, weil vorher gar nicht darüber gesprochen werden darf und man schon weiß, jetzt kommt dann dieses neue Modell raus. Ja, aber für mich ist diese Premiere eher etwas, was eigentlich der Hersteller machen sollte und nicht der YouTuber, der ein Video über ein neues Produkt macht. Aber auch hier, meine persönliche Meinung, müsst ihr euch nicht damit gleich schliessen, überhaupt nicht. Wenn euch das nicht stört, ist das auch gut, mich persönlich stört es ein wenig. Aber gut, auch damit kann ich natürlich leben, aber für mich eher nervig. Dann Livestreams. Es gibt sehr, sehr viele Livestreams. Das ist im einen natürlich gut. Zum anderen, für mich persönlich sind es eigentlich zu viele. Wobei ich fragen muss, ich schaue die meisten eh nicht. Bei den Livestreams, bei denen ich regelmässig dabei bin, sind, wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Livestream von Shisha Mutti und der Livestream von Swiss Shisha. Und auch noch aus einem weiteren Grund, weil das kleine Streams sind, wo man in einem kleinen Rahmen abhält, man dann auch die Mitglieder kennt. Es ist ein bisschen familiärer, man spricht mehr miteinander und es geht nicht eigentlich nur darum, dass sich der Anbieter, der YouTuber präsentiert. Aber ja, auch hier, weil natürlich gern bei den grossen YouTubern im Stream ist. Und grosse YouTuber finde ich natürlich auch schon wieder einen komischen Ausdruck. Aber ja, gross natürlich einfach, weil die viele Mitglieder haben, da sind dann auch viele dabei. Und für mich wirken diese Streams dann auch oft sehr unübersichtlich. Und wie gesagt, es geht dann eher um den YouTuber als um ein gemeinsames Erlebnis. Aber auch hier, meine persönliche Meinung, meine Erfahrung, wer gerne in diesen Riesen-Streams ist und das gefällt, dann ist das gut. Aber muss jeder selber für sich wissen, ist auch hier wieder klar, wenn ich eine Pfeife rauche, kann ich dabei einem Stream folgen. Aber ich brauche nicht jeden Abend einen Shisha-Stream, ich will ja auch noch andere Sachen machen. Kommen wir wieder zu etwas anderem. Und zwar geht es eher um Werbung, um Zusammenarbeit mit Herstellern und so weiter. Ein Punkt sind Codes. Klar, Codes sind geil. Man kann Geld sparen. Aber Jobs und Hersteller, die Codes in Kooperation mit YouTubern anbieten, heisst das nicht, dass die eigentlich sonst zu teuer sind. Und da kommt ja noch, wenn es 10% Codes gibt und der YouTuber, der den Code hat, auch noch etwas davon abbekommt, könnte ja der Anbieter bereits einfach das Produkt günstiger verkaufen oder der Shop. Klar, ich verstehe, das geht um Werbung. Wenn tausende Leute einen Stream schauen oder einem YouTuber folgen und dann diesen Code nutzen, weil sie dadurch auf den Shop aufmerksam geworden sind, ist das natürlich Werbung für den Shop. Ja. Schwieriges Thema. Für mich ist einfach auch etwas, ich würde Codes nur nutzen, wenn ich tatsächlich auch die Sympathie von dem Anbieter habe, beziehungsweise von dem YouTuber. Aber das ist vielleicht wieder meine verkorkste Meinung. Dann ist es natürlich eher so, in der Schweiz ist das Angebot gar nicht so gross. Wir haben eigentlich nur einen grossen Shisha-Shop in der Schweiz, Online-Shop. Und jetzt haben übrigens gerade zwei Shops zusammen migriert, sich verheiratet. Und somit ist sowieso alles nochmal anders hier. Wer einen Code von Shisha-König benutzen will, hat somit auch Shisha-King mit drin. Die Preise werden dort natürlich auch angepasst, aber schlussendlich ist das wirklich aus meiner Sicht so. Es wäre schön, wenn die Preise direkt angepasst werden und nicht auf Werbebasis gesenkt werden. Und natürlich, es gibt YouTuber, die auch ein bisschen von dem Code leben oder sich damit finanzieren. Das ist natürlich für die toll, aber für mich als Endkunde bringt das eigentlich nichts. Ausser, dass ich natürlich den Code habe und günstig reinkaufen kann. Aber wenn das Produkt per se schon, sagen wir jetzt auch mal 5% billiger angeboten würde, dafür gäbe es wenige Codes, wäre es genauso gut. Aber auch hier meine Meinung ist so. Wie ihr seht, ich bin nicht unbedingt ein Freund von Werbung und deshalb kommen wir zu Instagram. Instagram ist für mich eine reine Werbeschleuder. Ich habe einen Instagram Account, wo ich auch mit anderen kommuniziere. Ich mache auch auf Instagram ab und zu mal eine Story, wo ich etwas Neues vorstelle, beziehungsweise vorstelle, dass ich ein neues YouTube Video habe. Ich mache keine Inhalte selbst in Instagram. Ich mag Instagram eigentlich gar nicht. Und da kommen wir auch gleich zu Gewinnspielen. Instagram ist für mich voll von Gewinnspielen. Ich sehe da die ganze Zeit irgendwelche Gewinnspiele an Verlosungen. Und da ist dann immer Freunde markieren, Hersteller verlinken und so weiter. Und da geht es natürlich auch wieder einfach nur darum, die Followerzahlen zu erhöhen, die Abonnenten zu erhöhen. Denn man muss dann in der Regel ja auch am Gewinnspiel teilzunehmen, dem Hersteller folgen und so weiter. Ich folge sehr wenigen Herstellern in Instagram, weil mich das alles gar nicht interessiert. Ich folge ein paar wenigen Shops, mit denen ich auch selbst einkaufe, weil ich da auch gerne wissen will, wenn es etwas Neues gibt. Das ist vielleicht noch so ein Paradoxum. Ja, auf eine Seite. Auf die andere Seite gucke ich auch gerne auf der Webseite. Nur manchmal wird die Webseite gar nicht so gut gepflegt wie Instagram. Was ich schade finde, weil wenn eine Webseite von einem Shop immer schön neue Produkte hätte, würde das für mich genauso gut funktionieren. Leider ist das nicht Tatsache. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist leider, dass viel über Instagram läuft. Und bald bin ich durch mit dem heutigen Video. Ein letzter Punkt ist für mich Werbung in Videos und Streams. Oft wird Werbung für Kleidung und Getränke gemacht. Das sind so die beiden Trends, die für mich am meisten sichtbar sind. Vielleicht gibt es noch mehr. Also ich muss sagen, ich glaube Schmitti hat jetzt eine eigene Marke von Hoodies rausgebracht. Hoodies sind Kapuzenpullis, kann man übrigens auch so nennen. Oder Aljoscha und Janik haben glaube ich auch eigene Kleidungsstücke. Ich weiss es gar nicht. Wie gesagt, ich folge dem auch nicht wirklich. Interessiert mich auch nicht. Aber es hat für mich einfach nichts mit Shisha zu tun, was für einen Pulli-Mann anzieht. Aber andere sehen das vielleicht wieder anders. Wieder meine Meinung und genau in die Richtung geht auch Getränke. Und hier sind natürlich gerade Eis-Tees. Da gibt es gerade Brat-Tee, Vorbross und so weiter, die hier oft genannt sind und auch einige Kooperationen haben. Ich habe von diesen Tees auch schon mal probiert, wenn ich sie im Laden gesehen habe, aber das sind einfach Eis-Tees. Das hat für mich überhaupt nichts mit der Shisha-Kultur zu tun, auch wenn natürlich teilweise Geschmacksrichtungen in so eine Richtung gehen könnten. Wobei eben, es sind Getränke, es hat nichts mit Shisha zu tun. Aber meine Meinung, ja. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen stammle und nicht genau weiss, was ich sagen soll, aber es ist für mich einfach eigenartig. Und klar ist wieder jedem seine eigene Sache, wenn ein YouTuber da seine Vorliebe zeigen will oder eine Kooperation hat, einen Werbepartner hat. Aber das braucht es für mich nicht. Ich trinke zu meiner Shisha, wenn ich eine Shisha rauche, das was ich gerade Lust drauf habe. Heute war es eben so eine Pazosa. Ist keine Wertpunkt, ich verdiene daran nichts. Ich mache das Getränk einfach. Wenn es jetzt ein Eis-Tee wäre, wäre es ein Eis-Tee. Wäre auch keine Wertpunkt, ich habe da keine Kooperation, gar nichts. Ich trinke aber auch sehr gerne Kaffee oder Tee. Das wissen viele auch. Ich trinke gerne einen schönen türkischen Mocha, einen schönen türkischen Kaffee oder ich trinke auch gerne mal einen italienischen Espresso. Oder ich trinke auch gerne mal einen Tee, gerne einen Schwarztee mit Minze. So ein bisschen arabischer, ägyptischer Stil. Wer zum Beispiel den Shisha Königstream schaut, der sieht auch oft, die machen in letzter Zeit immer Chai. Und zwar türkischen Chai. Das passt natürlich auch sehr gut zu Shisha. Und dort ist es natürlich auch nicht diese Kommerzialisierung. Weil da wird nicht eine bestimmte Marke promotet. Und das passt für mich dann besser. Ich brauche diese Werbung nicht. Meine Meinung, kommen wir jetzt vielleicht noch kurz zum Chai, wo eben zum Beispiel getrunken wird. Bei Chai muss man noch ein bisschen aufpassen, dass man weiß, was man überhaupt trinkt. Weil bei Chai denken natürlich auch viele an indischen Chai. Also Masala Chai dann, Gewürztee aus Indien. Ist vielleicht jetzt in der Shisha Gemeinschaft sogar weniger bekannt. Aber ja. Und hier noch mein kleiner Bildungsauftrag am Schluss, warum Chai genannt wird. Und bei uns ist es Tee. Das hängt zusammen, wie Tee nach Europa gekommen ist. Tee nach Europa ist, wie hat die Niederlande gekommen, über den Seeweg. Über den Seeweg wurde der Tee natürlich vom Süden von China. China ist eigentlich der Ursprungsort von Schwarztee. Und im Süden Chinas wird das Schriftzeichen für Tee tatsächlich als Tee ausgesprochen. Und in anderen Regionen, vor allem im Norden, wird Tee als Jha oder als Chai ausgesprochen. Und die Länder, in denen Tee Chai heisst, also sagen wir eben die arabischen, die osmanischen Länder oder Russland zum Beispiel auch, da ist Tee über die Seidenstrasse in die Länder gekommen. Und über die Seidenstrasse ist der Tee eher aus dem Norden gekommen und somit ist auch der Name dazu übernommen worden und auf dem Seeweg dann eben aus dem Süden als Tee. Die einzige Ausnahme ist hier Portugal. In Portugal heisst Tee tatsächlich auch wieder Chai. Warum das so ist, weiss ich allerdings nicht. Aber es ist noch interessant. So. Jetzt habe ich viel gebraucht. Vielleicht mögt ihr auch etwas dazu schreiben, was euch stört an der Szene, an der Gemeinschaft oder ob euch überhaupt nichts stört. Ob. Ja. Lasst es mich wissen. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder. Entweder in einem Stream von Shisha Mutti oder von Swiss Shisha. In meinem eigenen Stream, sobald ich wieder streame. Und natürlich einfach, wenn ihr meine nächsten Videos schaut. Wie gesagt, eines der nächsten Videos wird die Stimulation hier sein. Und ich habe noch sehr viele andere interessante Themen. Vor allem eben Shishas oder auch Zubehör, zu denen ich noch ein Video machen möchte. In diesem Sinne, startet gut ins neue Jahr. Geniesst eure Shishas. Kauft euch den Tabak, den ihr gerne mögt. Für die, die Angst wegen der Steuererhöhung haben. Kauft halt mal eine Dose mehr. Oder zwei, aber hamstert nicht. Es bringt eigentlich nichts. Bis bald wieder. Ich wünsche euch ein tolles neues Jahr. Für mich so sehr遠 in Samen. Wie gesagt, all die Tümpel.